Artgerecht ist nur die Freiheit! Tiere rauf auf der Manege! Keiner braucht für Tierquälerei! Die Tiere werden von A nach B gekauft, bei Hitze, bei Kälte. Die kleine Käfiggehalt, seht ihr das nicht? Kein Applaus für Tierquälerei! Glücklos, ja, aber ohne Tiere! Tiere im Zirkus müssen die meiste Zeit ihres Lebens auf dunklen LKWs an Ketten fixiert oder in echten Käfig und Geheben zerbringen. Die Dressur ist in der Regel von Gewalt und Zwang geprägt. Die lebenslangen Misshandlungen und Entferungen führen häufig zu Verhaltsaufälligkeiten, Krankheiten und frühzeitigem Tod. Wollen wir das unterstützen? Nein, wir unterstützen das nicht! Wir sind laut und wir sind immer wieder da! Artgerecht ist nur die Freiheit! Artgerecht ist nur die Freiheit! Tiere rauf auf der Manege! Tiere rauf auf der Manege! Kein Applaus für Tierquälerei! Kein Applaus für Tierquälerei! Kein Applaus für Tierquälerei! Kein Applaus für Tierquälerei! Wir müssen ja, aber ohne Tiere, kein Rwith ja, aber ohne Tiere! Nee, wir müssen ja, aber ohne Tiere, Artgerecht ist nur die Freiheit! Das ist ein Wechtmann und seid in echtem Weg zur Verziehungsdurchsend als Anführungsmaterial. Welche Laien die Tiere haben, wie sie gekauft werden? Danke! Guckt doch mal ins Internet, recherchiert sind und Corona hat sich mehrere Aufmerksamkeit. Warum wohl? Aber es wird vertreten. Warum? Es geht ums Geld und ihr unterstrichen. Abgerecht ist nur die Freiheit! Kämpf euch! Wir haben diese Veräuse von nicht mehr ins Bett gehabt. Ein Applaus, es geht wieder rein! Wir haben auch was wir machen! 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 Bitte ein kostenloses Los! Es kostet nichts, ihr könnt nicht ganz nehmen! Es gibt nur Gewinne! Ein kostenloses Los für jeden! Man kann nur gewinnen, es gibt keinen Eten! Bitte schön! Wollt ihr alle einzig? Bitte schön! Ein kostenloses Los! Dann Whenever den Kopf sein, können wir hier raus raus! Auf diesteffendung muss Hilfekindloses. Wir haben sie alleine da nehmen! Emotiv Erstaunlich Untertitelung des ZDF, 2020